Ja, irgendwas, wir fehlen hier noch wenigstens zwei Figuren. Warte mal. Die Lampe kann ich aber nicht nehmen. Ich kann wieder rausgehen. Hier geht auch nichts. Hier sind nur die Zettel von den Telefonnummern. Wenn ich das hier drüben hin klebe, hier geht es nicht. Wiegt dem Vogel das an den Kopf? Das ist eigentlich ruhig. Das geht nur an dieser Pinnwand. Wie kann man Frauen drauf sehen? Ich habe das Gefühl, dass der Typ sie von ihren Freunden isolieren möchte. Warum auch immer. Wozu brauchst du diese blöden Motivationsmagazine? Du hast doch mich. Ich motiviere dich tagtäglich. Immer wieder und immer wieder. Ich kann hier immer noch nicht. Hier geht nichts mehr. Hier geht nichts mehr. Ich meine, so wie muchtig, wie das hier aussieht, kommt es auf die paar Tropfen doch nur auch nicht mehr drauf an. Hier kann ich jetzt nichts mehr machen, ne? Gut. Wir haben kein Spiegelbild. Ich fahre jetzt nochmal alles ab, weil ich nicht weiß, ob ich alles gemacht habe. Aber hier geht ja nirgendwo was. Ich mache das ja kein Beep mehr. Hier kann ich nur noch lesen. Jetzt erwartet, dass hier noch irgendwo ein Lappen ist oder sowas. Um irgendwo irgendwelche Tropfen wegzuwischen. Aber das ist das Einzige, wo noch was geht. Ach so. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Da sind noch. Aber sie dreht es ja wieder um. Wenn ich das nehme, da ist nichts drauf. Gut. Hat mich nun nicht weitergebracht. Wenn ich hier so ein Foto nehme, kann ich mich nicht mehr bewegen. Ich kann es nur noch umdrehen. Und wenn ich wieder auf die Maustaste drücke, legt sie es wieder zurück. Und hier fehlen mir noch genau wenigstens zwei Figuren. Ich probiere noch mal ein bisschen offline weiter. Ich melde mich dann wieder, wenn ich mich wieder, wenn ich was rausgefunden habe oder wenn ich hier rausgehe. Bis gleich. So, ich vermute mal, ich muss hier ein Muster basteln. Guckt mal hier. Das sieht doch so stark danach aus. Das Kissen ist dann falsch. Das kommt dann hier. Dann kommt das Kissen dahin. Und das Kissen kommt dann dahin. Und das Kissen vielleicht da. Jawohl. Jetzt fehlt nur noch... Ach, da. Die hängt da einfach so rum. Achso, jetzt muss ich die anziehen. Was passt wozu? Das kommt dann oben rüber. Das sind zwei Männer und zwei Frauen. Würde ich sagen. Ach, das kann auch alles von sein. Ach, du Schande. Und der Vogel geht mir auf den Sack. Ach, du großer Gott. Kann man den nicht mal verstummen lassen hier? Woran kann man jetzt festmachen, welches Kostüm zu wem passt? Da ist ein Stern drauf. Ah, das war wo richtig. Ah, die Tür ist auf. Oh. Das ist was, du deservest. Ich bin auch wieder zurück. Ich will hier nicht lang. Türriegel, Türriegel, Türknopfkette. Immer diese Reihenfolge. Oh, was ist das für ein Psychopath? Oh. Was ist das? Halt. Ein Kissen fehlt. Hier. Passiert hier irgendwas? Nö. Was ist das? Ein Bild. Aus Vorschlägen wurden Forderungen. Forderungen resultieren in Wut. Wut führt zu Schmerz. Sonst kann ich hier aber auch nichts weiter machen. Sie hat Fotos zerrissen. Also der Typ ist ein Kontrollfreak und der will sie beherrschen. Na, schau mal einer an. Sie will eine untreue Hure sein. Wie jede richtige Frau. Das Bettzeug war nicht so, als du gegangen bist. Eifersüchtig ist der Typ. Mit wem schläfst du noch? Eifersüchtig ist der Typ auch noch. Und zwar hochgradig. Nur weil das Bett nicht gemacht war. Ich fühlte mich im eigenen Körper gefangen. Nee, der. Halt. Das war falsch. Der kommt hier hin, ne? Ja? Sind das jetzt andere Töppe? Warte mal. Du kommst da hin. Du kommst hier hin. Du kommst hier hin. Du kommst hier hin. Sagt doch, der Typ ist ein Psychopath. Ja. Der dreht. Nee, das geht nicht. Ich kann den nicht hier hinstellen. und ich kann den diesen hier nicht hier hinstellen. Der dreht sich da hin. Weil da was stört. Kann denn da der flache Topf runter? Ja. So, wir haben die Töpfe auf dem Herd. Immer die gleiche Zeremonie jeden Tag. Was steht hier? Die werden nie sauber genug sein. Oha. Was für ein Frick. Niemandsbad. Das Klopapier ist auch fehlt auch. Jetzt irgendwas kaputt gegangen. Du willst nicht hören. Du willst nicht hören. Wenn du mich noch einmal so wenig achtest, wirst du so aussehen. Was ist das für ein Idiot? Passiert was? Nein. Wo liegen jetzt wieder die ganzen Magazine? Hier liegt eins. Sie gibt ihr Bestes. Räumt ihn jeden Tag hinterher. Und der Typ dreht an den Rädern. Kann ich noch irgendwas machen hier? und einmal ist zu. Arsch. Ja, du mich auch. Das Herz vielleicht da wegnehmen? Die Taschenlampe nehmen? Nein. Das Herz geht auch nicht. Wir kommen in Frieden Weltraum Menschen und so weiter. Nein, das wollen wir ja nicht. Entfernte Planeten? Ach, hier. Passiert immer noch nichts? Irgendwo liegt hier noch was rum. Was ich noch nicht gesehen habe. Hm. Oh, dieser Vogel. Hier kann ich nichts mehr machen. Das ist alles erledigt. Hier geht auch nichts. Hier geht auch nichts. Nein, 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 nein. Geht die Tür denn schon? Ach, hier liegt ein Bild. Nee, liegt ein Zettel. Untersuchen. Wie kannst du mir das antun? Weißt du es denn nicht? Alle hassen dich dafür, weil du ihnen so wehtust. Du bist eine hässliche, egoistische Schlampe und deinen Freunden geht es tot besser als mit dir. Du weißt genau, was du getan hast und vielleicht kann ich dir verzeihen, aber dir muss eine kleine Lektion, muss man eine kleine Lektion erteilen, damit es nie wieder vorkommt. Es ist nur zu deinem Besten. Keine Sorge, Baby. Ich werde dich nicht verlassen. Ich weiß, du kiemst ohne mich nicht zurecht. Was war das jetzt? Ach, hier ganz spiel geworden. Oh, traurig. Habt ihr das gesehen? Da ist der Käfig. Ein Stern. Alle Bilder von der Wand geflogen. Wartet mal, ich gehe mal erst mal ins Telefon. Oh, der Spiegel ist auch voll geschmiert. Hä, was ist hier? Überall Blut. Du bist nicht mal eine richtige Frau und niemand sonst könnte dich lieben. Meine Liebe fand Stärke in meiner Wut. Er verletzte mich und fühlte mich wichtig an. Ein Tampon? Ich kann hier aber nichts nehmen, ne? Lauter Tampons. Jiii. Ah, die Tür geht auf. Aber hier war noch... Fuck you. Ihre Hefte bemalt. Er macht ihre Sachen kaputt. Um ihr eine Lektion zu erteilen. Na gut, wir können weiter. mein Name ist... Busverkehr. Ach du Scheisse. Boah, das Kloppen geht mir auf den Sack. Sie hatte sich wohl hier eingesperrt. Was ist das hier? Hier kann ich was machen. Aha. Ich hole erst mal die Bilder raus. Dann schauen wir mal. Die kann ich nicht nehmen. Leck mich. Ich kann gar nicht so viele rausholen. Das macht aber wenig Sinn. Das auch nicht. Ich kann die nicht alle auf der Wand verteilen hier. Doch. Hier ignorieren wir mal, der da rumpoltert. Diesen Psychopathen. Das wird ja lustig. Die sind fest. Was kann denn da passen? Nein, das passt nicht. Nein, du passt nicht, habe ich gesagt. Das macht auch keinen Sinn. Das hier vielleicht? Nein, ne? Das hier? Auch nicht. Das ist fest. Nein. Die könnten beide so zusammen passen. Das ist auch bewegbar. Das ist fest. Kommt das oben rüber? Und die sind fest. Ich habe das hier. Das ist fest. Das ist fest. Das ist fest. Vielen Dank.